oh der ist in raserei wo ist er? tot und rein ins haus warte warte oh komm mein plan ist nicht aufgegangen welcher plan doch funktioniert schon mein plan und voll im rücken auch voll daneben läuft richtig gut mit dir hier na hey du bist hier fast einmal gestorben ja bin ich gar nicht doch du musstest weg du musstest von der frau mit einem fisch wegklaufen hey die war stark du arme nein was macht er denn da gegen den erd ich hab ein bisschen gedootet was oder was das auch immer für ein erd war ich hab jetzt 16 von diesen gürteln dann hör auf sie zu meine Güte ich loote die ja gar nicht das ist ja schlimmer ich lüge nicht nein wirklich du kannst alles in der aufnahme sehen ich lüge nicht ich lüge die nicht dann habt ihr irgendwas bei den plundereinstellungen vergleich er lootet automatisch das ist immer auf e zu drücken wenn du e drückst dann nimmst du alles auf einmal ich drücke immer wenn ich wenn ich einmal e drücke dann passiert da gar nichts weil das alles schon weg ist also dann ploppt das auf und dann steht da oh dann drückst du doppel e nein ich drücke einmal e also ich weiß nicht wer das jetzt unlüpflig um die tool zu klauen nee gell ja komm ihr schau ihr hängt schon die ganze Zeit dran gell ich hab es mal längst geklaut schnell weg schnell weg fast geil war es ja warum machst du sowas der hat sich die truhe so schön freigekämpft oh guck mal der hat mir die so schön freigekämpft meinst du wohl holz sammeln und wegkicken zur fischfrau oh 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 ich hab hier was gesehen komm mal rein hier passi ich werde nicht mit der brauchen sehr schön so ich hab immer noch 12 gürtel ich hab immer noch 16 guck mal der eine ist gestorben ich habe immer noch 10 gürtel ich glaub man brauchte 2 und das sind 6 teile 12 immer noch 10 17 17 so war Pascal warum sammelst du dir auch ein wenn du nicht ich sammel du hast bei den blundereinstellungen um bei soziales gruppe einstellungen äh anführer greenie ja toll drei um würfeln selten höher du ähm drück mal p da kannst du dann die blundereinstellungen machen ja natürlich ach so dass ich alles bekomme nee so dass ihr nicht mehr auf sachen drauf äh äh die ihr nicht mehr braucht ja genau mir ich wette dann nein freu ich alles deinen führer nein denn du bist nicht mein führer dein gruppenführer oh hier ist wieder einer mit nem fisch fisch die fischdame will mich töten die greift aber mich an mhm ja trotzdem will sie auch mich töten wir wollen uns alle töten ganz ehrlich ja aber sie schafft es möglich zu töten so komischerweise schon die arme Dietzer dass sie sich mit einem die Tier abgeben muss halt guck ich hab bis jetzt noch überhaupt keinen Schaden mehr äh warum tüte ich überhaupt warum nicht weil die uns angegriffen hat doch die sie gehörte mir ne ne egal ich bin hier ab fast ich würde sagen wir düsen mal ab und bauen uns die Rüstung oder ich hab grad 31 Prozent ja ich hab schon ein 40 also ach ja ihr habt nicht auf mich gewartet oder oh Junge jetzt kommt das schon wieder an Stein des Rückrufs oder ja gut welchen überleg ja ich hab hier zwei ja wie heißen sie ich hab nichts gesagt gut ich ich dachte mir es fast so ich trink mal einen Schluck ne ja ja mach du mal ja mach ich auch ich renne zum Schmied und trinke dabei auch was ja ja trinkpause rivella erfrischung mit schweizer oder ich ich mach ich mach ich mach dich nicht hey scheiße wir haben keinen haltbaren Stoff ha aber ich weiß wo wir ihn aus grobem Stoff herstellen können ich sag's euch nicht wo beim Schneider beim Schneider nein ich glaub nicht oder doch und der ist wo da wo ich gerade bin ok hatten wir das nicht letztes Mal das du das nicht wusstest ja schon guck mal diesen Kanal Decke händler das hat ja das hat der händler den zu verkaufen holz haltbarer Stoff herstellbar hier herstellen menge alles äh zehn zehn ja haltbaren Stoff ich bin fertig ausgerüstet neu ich habe 20 haltbaren Stoff schön für dich ja wahlrecken noob fängt das schon wieder an ja ich ich wer denn nicht mal den Namen des Spiels aussprechen kann will groß zu herreden ja 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 so oh die neue Ausrüstung sieht gar nicht mal so schlecht aus Pasi und ich werden jetzt gleich weinen warum warum äh wer denn einfach naja aber wir werden einfach nur weinen und wie macht man das und warum bist beim Bafnenschmied jetzt bin ich beim äh also der Freiheit brauchen wir oh Gott ähm, Sets, ne? Ja, Ketten, das ist das blaue hier für Stufe 11. Oh Gott, Kettenzettel. Ich will eigentlich gar nicht das Zeug anziehen. So, ich hab alles. Bitte noch nicht vor meinem Bildschirm laufen. Ich halte mir grad den Bildschirm zu, nur damit ich... Okay, ich bin weg. ...dich nicht sehe. Damit ich mir den Spaß... Nein, das ist... Das, da gibt's keinen Spaß. Hallo, ich bin Käpt'n Super. Was? Was ist das? Grüni. Alter. Was ist? Ich bin Käpt'n Superblau. Dreh ich mal um. Ach, ihr habt die schwulen Sachen. Guck mal, wie... Guck mal, wie schick ich aussehe. Alter. Guck mal, ich seh viel besser aus als vorher. Ja. Ja, das war auch nicht schwer. Du sahst ja noch nie gut aus. Ich noch gut zieh. Ach du... Sind wir wirklich lila? Ja, ihr seid... Ja, ihr seid lila. Die Farbe der sexuell frustrierten... Das ist doch blau. Ne, das ist lila. Kollege, das ist lila. Okay. Die Farbe der sexuell frustrierten. Äh, noch ein Level, dann mach ich mir die nächste Waffe. Also, ich hab mir jetzt schon die gemacht. Weil die Farbe ist einfach besser. Das ist 100% lila. Okay, von mir aus kennen wir ihn wieder. Ja, nee, jetzt muss ich mir irgendwo Farbstoff suchen. Wofür Farbstoff? Ähm, mit ich... Man hat ja sogar ne Halskette... Ach, du... Ja, du hast gesagt, es gibt keine Halsketten, du Lügner. Dann siehst du es mal. Ich verkaufe erst mal den ganzen Müll hier. So. Juwelenverzauberung, Stufe 10 oder Niedriger. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz gucken. Was haben wir denn hier? Schlachtangestellte in Tai Zeit, okay. Wie kann ich meine Sachen färben? Niemals. Dann gehen wir ja am besten mal zum Schneider. Und gucken da mal nach. Okay. Geht nicht. Ich hab mir jetzt gerade Dings geholt. Farbstoff. Echt? Wo? Bei dem kleinen Mädel. Okay. Komm, wir geben uns jetzt... Oh ja, oh ja, ich weiß was. Gegenstände handeln? Wo hast du da bitte Farbstoff? Was hab ich denn gehalten? Bei dem kleinen Mädchen hier und Dan. Ach so. Suchst du nach mir? Es ist ein Junge. Der heißt Mitch. Und der hat Material zum Zaubern. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Lies doch mal nach. Alter. Alter. Lesen ist total überwesend. Das ist... Alter. Wir haben aber hier, glaube ich, jetzt bald eine richtig witzige Quest. Boah, bei mir leckt's gerade eben richtig. Ich bin stinkend faul. Nee, du kannst einfach nicht lesen. Nein, ich bin einfach nur faul. Das sagen sie alle. Und am Ende sind sie schwanger. Äh, genau. Genau. So, Farb. Äh, 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 äh. Erstell... Was seiden farbige Kräuter zur Herstellung von Farbstoff? Wie, wo kann man... Wo kann man denn suchen? Ach so, hier bestimmt. Farb... Ähm, aber... Nur zur Herstellung von Farbstoff. Wie stellt man sich jetzt Farbstoff her? Siebenfarbige Kräuter, meinst du? Ich hab... Was ist das? Ja, aber... Den können wir nicht gerne nehmen. Komm mal zu mir, komm mal schnell zu mir. Auf Wiedersehen. Was ist das? Wo bist du? Hier, schau auf der Karte. Der blaue Punkt hier. Hier, hier, weiter drüben. Ja, ja, ich komm... Ach du Kacke, was ist das denn? Stufe. Stufe 40. Spielerstufe 40. Also, komm... Einfach ignorieren, dran vorbeigehen. Ey, das war doch so ein kleines... Äh, sah nicht so ein kleines Fisch an dem Strand aus am Anfang? Ich glaub schon, ja. Aber jetzt hab ich F5 gedrückt. So, genau, die Kochquests nehmen wir nicht an. Gucken wir mal zum Musikmacher, ob der jetzt schon mal die Quest für unsere Instrumente hat. Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Hab ich... Hab ich... Hab ich... Hab ich da verkauft was? Ja, ich hab ich da verkauft was. Ja, ich hab ich da... Das war doch so ein kleines Fisch.